Wir sind auf dem Summer Jam, so wie es sich gehört, wird natürlich auch hier Essen getestet, denn hier gibt es ganz schön wildes Essen. Handbrot ist Nummero Uno. Wir haben getrocknete Tomate und Lauch nämlich da drin, frisch aus dem Ofen. Das ist ein fucking geiles Handbrot. Für mich eine 4.8. Wir schließen mich an. Wir haben gerade eine Polonaise uns geholt. Soße, ein wenig wässrig, Hackfleisch ganz lecker. Ich würde hier eine gute 3.8 geben, das ist schon eine gute Bolo auf jeden Fall. Wir haben einen Raclette-Stand entdeckt. Kartoffeln, Raclette-Käse, Silberzwiebeln, Gürkchen. Das ist bei mir eine gute 3.5. Ich habe die Pizza Summer Jam. Das hier ist so juicy, das ist insane. Jetzt bin ich mal gespannt. 3.75. Wir haben eine 3.7 drauf. Wir haben Eisbergsalat, wir haben Vegan Gyros, wir haben eine Soße darüber. Bis dato das Schlechteste für mich leider. Das ist bei mir eine 2.5. Endlich Zeit für jamaikanisches Essen. Pruchtig alles zusammen. Das ist eine 4.8 bei mir. Das Jerk Chicken wurde hier frisch gegrillt. Boah, das ist geil. Das ist bei mir eine 5 von 5, das finde ich so insane lecker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.